hallo und herzlich willkommen zurück bei reddog gamble und wir wollen heute mal wieder machen die ticketjagd bei bluestacks mal schauen wir mal was haben wir hier heute im angebot das haben wir auch schon gehabt ok da bin ich jetzt mal gespannt wie klappt das muss man das wieder runter hauen und dann wieder neu neu rauf ziehen noch mal kurz darauf drücken gucken lustig ja das anscheinend die nächste quest heute mal wieder warship bliss dann bin ich jetzt mal gespannt von letzten kampf haben wir noch hier sachen für geld kaufen ja ok logisch aber nicht bei mir auf sowas mit geld kaufen habe ich die so richtig bock ich mache jetzt auch nur die quest mit dem damit ich mein ticket kriege da leuchtet noch ein roter punkt hat letztes auch schon mal geleuchtet verbessern 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 ok leuchtet immer noch ok jetzt nicht mehr das war das sie ganz wird der leuchtet krieg ich hier was geschenkt ne danke da das kriegen wir hier ist doch ein roter punkt gefecht klicken wir uns mal überall durch aber hier sehe ich mal gar nichts ich denke mal dass man bestimmt nur damit man es einmal anklickt damit man sieht hier seht ihr was das ist gegen ki machen wir das erst mal und danach schauen wir mal was das andere da ist also es gibt es auch schon spiele wo ich gesehen habe diese bisschen doof über computer mit der maus dann gibt es darum dann gibt es darum auch noch spiele die gar nicht richtig funktionieren kommen wir fahren wir hier wenn ich mit dem guten eisberg oder doch machen wir das war ranzu schießen schießen ok die rammt sich da links rüber oder schon torpedos bisschen langsamer werden schnell 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 jajaj wo du 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 Das ist ja mal getroffen. Los, den kriegen wir noch. Das ist ja mal getroffen. ok scheint nur noch ein schifter zu sein Ah, da willst du ihn hier wahrscheinlich ranzoomen im Visier nehmen und feuern Upsa Will er noch ein Visier nehmen und Oh, der hat uns versenkt Er hat uns versenkt Zurück zum Hafen Upsa Team, eroberte den Bereich Ah Der hat noch nicht mal alles zerstört Ok Jetzt Oh Akzeptieren Akzeptieren Verbo Muss ja sein Ok Und Oh War ich aber schlecht Ah ne Zweiter War ja doch gar nicht so schlecht Das waren die Gegner Was bedeutet das Was bedeutet das Ah, man kann so Freundschaftsanfragen schicken Nicht schlecht Gefecht Dann war das schon mal das eine Gefecht Wir haben noch nicht das Zeichen gekriegt, dass wir Ja Das Ticketkrie Das Ticketkrie Jetzt holen, jetzt holen Gegen Gegen KI Standard Und Alles dabei Gut Dann gehen wir mal wieder hier auf gegen KI kämpfen Ich denke mal das Spiel ist über Handy auch ein bisschen besser, aber man kann es ja auch mit Tastatur spielen Das ist genau eine gleiche Runde wie in grade, die kennen wir schon Alles so weit weg Da sind welche Ich denke mal das war noch so Ah Okay, dann fahren wir hier mal jetzt langsamer Jetzt bleiben wir mal stehen Zoomen ran Und schauen Wer möchte beschossen werden Ist weiter nach vorne Was sag ich meine Lebensenergie Wir sind getrackt Wir sind getrackt Ziel getrackt So Genau Hinter mir ist noch einer Natürlich nicht der, sondern der da Genau Drehen wir einmal um Will er mich rammen oder wie? Die Preisseite geben Zoomen Und Wir haben ein gegnerisches Schiff zerstört Wir haben ein gegnerisches Schiff zerstört Oh Da sind die Topedos Oh, da sind die Topedos Uh, das war knapp Ach, da steht meine Lebensanzeige Hier rechts Habe ich gar nicht gesehen Aber doch nicht zu mir Das gegnerische Team gewinnt Das gegnerische Team gewinnt Erobern sie unsere Flagge Erobern sie unsere Flagge Ich bin alleine immer noch hier Hey, die haben mich alle in den Stich gelassen Ups Aufklärung 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 Ist der durch mich durchgefahren Wie geht das? Habe ich immer noch nicht das Zeichen, dass ich das gekriegt habe Schau mal Ticket einlösen Doch Habe ich mitgekriegt Wann war denn das? So So, ich sag mal, das war mal wieder, so, das war mal wieder eine kleine Runde Jagd nach den Tickets, ich hoffe euch hat es gefallen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen, tschüss tschüss.